Ja, ciao. So, Freunde, endlich geht's weiter. Ja, ihr kennt ja, wenn Großeltern quatschen können. Ah ja, ja, ja gut, es geht weiter. Wir fahren auf dem Weg zurück zu unserer eigentlichen Insel hier. Wo wir hinwollten. Das gibt jetzt gleich ein paar schöne Aufgaben zu schneiden. Ich hoffe, ich schaffe, das zu schneiden. Hier sind wir falsch. Wir schwimmen, komm. Wir schwimmen rüber, wir müssen da rüber. Dann gehen wir vorher, bevor wir dann in die Hölle gehen. In die Höhle. Gehen wir nochmal knacken. Das sollten wir dann machen. Also es könnte nur sein, dass wir drauf gehen. Das wäre dann nicht so gut. Also, dass wir hier draußen schon drauf gehen. Deswegen gehen wir vorher nochmal knacken. Und hepp, blutsch. So. Drum, 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 drum. Drum, 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 drum. Ich glaube, ich befürchte. Normal müssten ja jetzt nicht schon die Viecher draußen sein. Aber ich befürchte, wenn in diesem Fall, habe ich auf einer anderen Map das ausgemacht, das Monster spawnen. Das heißt, dass dann jetzt hier, sag ich ja, auch keine spawnen. War mir so klar. Die haben wir auf einer privaten Welt ausgeschaltet, die Monster. Und schon ist das bei anderen Maps genauso. Der Fisch irgendwie ätzend. Das sollte man oben ändern. Im nächsten Update zum Beispiel. So. Und jetzt knacken wir erstmal eine Runde. Zack. Oh, ja. Lecker, lecker, lecker. Ich sah gerade das Weizen und sagte lecker. Wir lassen das Weizen auch noch ein bisschen reifen. So. Dann können wir jetzt endlich genüsslich in eine Höhle gehen. Ja, bitte nicht drauf gehen, ist klar, weil die nicht im Wasser sind. Zombie geht auf. Armer Zombie, Zombie. Wie ist es keine Höhle? Schnüss. Nein, richtig, oder? Ne, doch. Au. Oh, ne. Ich habe es gewusst. Moment mal kurz. So. Äh. Zack. Autsch. Autsch. So. Bevor hier noch mehr spawnen. Oh. Sehr schön. Zwei Eimer, ein Brot und ein Eisenbarn. Die Truhe nehmen wir am besten auch gleich mal mit. So. Spawner, den machen wir gleich mal für den. Für Zack. Oh, Zack. Na, da geht gerade wieder ein Skelett drauf. Wir nehmen erstmal hier die Kohle mit. Die ist nämlich wichtig für uns. Oh Gott, ich habe gerade gar keine Lust, diesen Sektor da rauszuschneiden. Das wird zu ätzend, wo ich jetzt gerade angerufen wurde. Weil ich will den Anruf auch nicht drin lassen, weil das ist dann doch ein bisschen zu privat. So viel wollte ich dann doch noch nicht preisgeben. Reichte schon, dass ich mich zeige. Muss ja nicht jeder jetzt noch ein Telefonat mitbekommen. Ich könnte natürlich... Ne, das wird zu langweilig für euch. Musik drüber schneiden. Ups, Alter. Ja, wir gehen erstmal hier weiter. Ist, glaube ich, dasselbe, oder? Ich muss erstmal gucken, dass ich hier später wieder rauskomme. Ich höre schon die Zombies. Ich weiß es schon. Oh, da kommt noch ein Creeper. Hallo. Bumm. Hier rechts sind irgendwo die Zombies. Hier, da. Irgendwo. Wir leuchten hier erstmal alles aus. So, zack. Warum ist das hier so ab? Ja, irgendwo hier sind die Zombies. Ach du Scheiße. Wir nehmen erstmal hier das ganze Zeugs mit. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt schon aufgenommen haben. Ich kann ja jetzt mal kurz gucken. Jawohl. Das war mir klar. Haben wir denn genügend? Wir haben ein Eisenbacher. Und sechs Eisen. Jawohl. Ich guck mal kurz vorne. Moment mal. Ja, aber klar. Also 18 Minuten nehmen wir gerade mal erst auf. Also die zehn Minuten habe ich da schon abgezogen. Wenn wir 30 Minuten aufnehmen, reicht es, sind es vier Folgen. Nein, drei Folgen. Drei. Knapp drei Folgen. Das ist zu wenig, das heißt wir müssten wieder eine Stunde aufnehmen. Gut, war mir schon klar. Alter Verwalter. Alter Schwede. Oh. Nein. Komm erst mal runter hier. Du verkacktes Viech. So, wir gehen erst mal hier rechts gucken. Hoppala ruckel ruckel. Alter Verwalter. Wow. Ist ein Mega-Höhlen-System, Freunde. Ein Mega-Höhlen-System. Erst mal so, dass von oben nichts kommt. Dann baue ich erst mal hier die restliche Kohle ab, die wir hier haben. So kann ich sehen, wenn mich von hinten nicht mal wegsprengen versucht. Wegsprengen versucht. Äh, super deutsch. Sehr schön. Wegsprengen versucht. Ja, du mich auch. Du mich auch. Äh, lalalalalala. Ich muss mal kurz sehen. So. Äh, ja, mit Schaufel geht das gut. Mit Schufel geht das gut. Alter, ist das cool, ey. Ich sehe gerade nichts, weil im Hintergrund... So, jetzt wieder. Weil ich wollte gerade sagen, weil im Hintergrund die Sonne so extrem draußen scheint. Wow. What the fuck, Alter. Entschuldigung. Hab ich mich jetzt erschreckt, ey. Mama mia, ich dachte, das wäre irgendein anderes Vieh. Und deswegen habe ich das mit der Spitzhacke gelagen. Meine Spitzhacke. Meine geliebte Hackspitze. Naja, hier ist ja nichts passiert. Schande, Alter, hat der mich jetzt erschreckt, der Creeper. Okay, gut. Alter Verwalter, ey. Der hat mich jetzt echt erschreckt, der Creeper. Boah, wir haben hier Kohle ohne Ende. Mamma mia, mamma mia. Ihr habt Kohle, Kohle, Freunde, Kohle. Wie viel Kohle willst du haben? Also, ich weiß nicht. Oh, mein Gott, oh, 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 Gott. Voll der Creeper, Alter. Oh, ah, 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 ah. Kommt, super, ah. Da wenigstens haben wir einen Ausgang gefunden. Wo wir mal raus können, wenn es brenzlig wird. Da gehen wir jetzt natürlich nicht raus, sondern wir bleiben weiter in der Höhle. Obwohl es natürlich blöd wäre, wir haben einiges an Rohstoffe, die wir eigentlich mal wegbringen könnten. Wenn ich jetzt bloß wüsste, wie man eine Endertruhe macht, dann würde ich eine in meinem Haus platzieren, in unserem Haus. Und die andere würde ich immer mitnehmen. Sissi, ja. Sissi. So, dann gehen wir wieder runter. Ich glaube, für eine Endertruhe braucht man Obsidian. Und dann, und damit kann ich leider nicht dienen. Mit Obsidianus. Oh, nee. Zombie halt Schnüss. Das ist nix zu sagen. Schnüss. Ja, ich sollte vielleicht mal mir die Erde ranschaffen. Schnauerts, du auch Spinne. Ja, der, der zombielose Kopf, äh, der, der zombielose Kopf. Der Kopflose Zombie, wollte ich sagen.